Ich zeige dir heute den perfekten Spot, wie du Floink in Shiny fangen kannst. Tatsächlich ist das relativ einfach. Ihr müsst dazu allerdings das DLC, die Indigo blaue Scheibe haben und bereits die Erweiterung des Canyon Areals abgeschlossen haben. Das könnt ihr in der Liga AG machen und müsst dafür nur 3000 BP spenden. Dann begeben wir uns hier in das Canyon Areal, ungefähr hier zu dem Spot. Und hier seht ihr dann schon Spawnen mit einem Feuer Sandwich überall Floink. Wir laufen jetzt hier einfach immer den Weg auf und ab. Fangen am besten mal hier unten an, damit ihr ihn einmal seht. Und laufen hier hoch und ihr seht schon, das ist alles voller Floink. Also hier könnt ihr nicht an einem Shiny vorbeilaufen. Und generell, das sind so viele, da ist irgendwann auf jeden Fall ein Shiny dabei. So, hier ist wieder das Ende. Hier drehen wir wieder um und rennen den Weg wieder zurück. Da wird dann irgendwann euer Shiny dabei sein. Jetzt kommen wir noch kurz zu dem Sandwich Rezept. Für das Sandwich vom Typ Feuer für Begegnungskraft und Schillerkraft Level 3 benötigt ihr zwei rote Paprika, eine grüne Paprika, eine Zwiebel und eine Tomate sowie zwei beliebige Geheimgewürze. Achtet allerdings darauf, dass ihr nicht süß und sauer kombiniert oder nur süß oder nur sauer verwendet, denn das funktioniert nicht. Wenn ihr einen weiteren krassen Shiny-Spot sehen wollt, zum Beispiel bei Flamiau, dann schaut gerne in dieses Video rein.